Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen und leichten Einsingübung. Sie dient dazu, die Singstimme unkompliziert aufzuwärmen. Es lohnt sich, die Stimme genau wie den Körper vor dem Unterrichtsalltag etwas aufzuwecken und im Laufe des Unterrichtstages zu pflegen, damit dieses wichtige Werkzeug gut und dauerhaft genutzt werden kann. Ich bin Linda, schön, dass du dabei bist. Lass uns loslegen. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Stehen machen. Achte in jedem Fall darauf, dass du aufrecht sitzt oder stehst und dein Becken dabei ganz leicht nach vorne gekippt ist, also dein Schambein leicht Richtung Bauchnabel zieht. Lockere deine Schultern, deinen Kiefer, deine Zunge ist entspannt, bleib aufgerichtet. Sprich jetzt gerne mit. Wir starten mit der Übung in ein No, 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 No. Gleich noch einmal nur sprechen. No, 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 No. Daraus machen wir jetzt die Übung. Ich singe einmal vor. Steige gerne direkt mit ein. No, 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 No. Gleich noch mal. No, 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 No. Ein letztes Mal. No, 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 No. Sehr schön. Du kannst diese Übung natürlich auch für dich ohne Klavier machen. Starte einfach in einer für dich bequemen Lage, singe ein bisschen hoch und wieder runter und achte darauf, dass dein Kiefer entspannt bleibt, genauso wie deine Knie und deine Schultern entspannt bleiben. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Singen, beim Ausprobieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020